Die Schleier zwischen den Dimensionen werden dünner und erwecken uralte Energien in uns und um uns herum. Heilige Codes in unserer DNA werden aktiviert, richten sich nach kosmischen Prophezeiungen aus und rufen uns dazu auf, zu höheren Seinszuständen aufzusteigen. Geleitet von der Weisheit der Pleiadie, Arcturiana und der Galaktischen Föderation stehen wir an der Schwelle zu einem goldenen Zeitalter, bereit, die Wahrheiten unserer Existenz zu enthüllen und uns auf Gaias kristallinen Herzschlag auszurichten. Bereitet eure Herzen und euren Verstand vor, die Reise der Transformation beginnt jetzt. Die Menschheit steht an der Schwelle zu einem außergewöhnlichen Moment in der kosmischen Evolution. Die Schleier, die die Dimensionen voneinander trennen, werden dünner und ermöglichen es den Energien aus höheren Sphären in unsere Realität einzudringen. Diese stellaren Frequenzen, die ein noch nie dagewesenes Niveau erreichen, sind kein Zufall, sie sind eine göttliche Orchestrierung, ein Aufruf zum Erwachen und zur Überwindung der Grenzen des alten Paradigmas. Die Galaktische Föderation, die stets wachsam ist, beobachtet diesen sich entfaltenden Prozess und führt die Erde durch ein Evolutionsportal, wie es noch nie zuvor beobachtet wurde. In diesem Portal werden heilige Codes aktiviert, die in die Essenz unserer DNA eingebettet sind. Diese Codes, die seit Jahrtausenden inaktiv waren, erwecken nun tief in der menschlichen Seele vergrabene Erinnerungen unserer Vorfahren. Sie rufen Echos uralter Weisheit hervor und bringen uns in Einklang mit Gaias kristallinem Herzschlag, einem Rhythmus, der mit dem Puls des Kosmos in Resonanz steht. Diese Ausrichtung ist nicht nur eine Verbindung, sondern eine tiefgreifende Neukalibrierung, eine Synchronisierung der Menschheit mit den höheren Frequenzen der Existenz. Seit Jahren haben die Plejadier mit ihrem unendlichen Mitgefühl und ihrer Weisheit die Saat für dieses Erwachen gesät. Durch Träume, Visionen und Synchronicitäten haben sie die Menschheit auf subtile Weise geführt und in unzähligen Seelenfunken der Erinnerung entzündet. Jetzt entzünden sich diese Funken und blühen zu einem kollektiven Erwachen auf, das ein leuchtendes Netz des Bewusstseins über den Planeten webt. Während sich die Sterne verschieben, fungiert die Ausrichtung von Sirius mit dem Zentralstern als himmlischer Schlüssel, der mehrdimensionale Portale öffnet, die seit Ionen versiegelt waren. Durch diese Portale enthüllen uralte Akasha-Chroniken, Speicher kosmischer Weisheit, Wahrheiten, die unser Verständnis von Existenz neu definieren. Diese Offenbarungen erhellen die Rolle der Menschheit innerhalb des großartigen Wandteppichs des Universums und erinnern uns an unsere intrinsische Verbindung zu den Sternen und die göttliche Mission, die in unserem Wesen verankert ist. Die Schwingungsfrequenz der Erde steigt an und erreicht kritische Schwellenwerte, die ein tiefgreifendes Erwachen im kollektiven Bewusstsein katalysieren. Dieser Anstieg löst die Illusionen der Trennung auf und enthüllt die wahre mehrdimensionale Natur der Menschheit. Die alten Prophezeiungen der Mayas, Ägypter und Atlanter laufen in diesem Moment zusammen und offenbaren ihre zeitlose Bedeutung. Sie sagten diesen genauen Zeitpunkt voraus, eine Zeit, in der das Alte dem Neuen weichen und die Menschheit ihr göttliches Potenzial entfalten würde. Diese Transformationsperiode ist nicht nur eine Verschiebung, sondern ein Aufstieg, ein Quantensprung im Bewusstsein. Sie lädt uns ein, die Weite unserer Existenz anzunehmen und uns daran zu erinnern, dass wir nicht an die Konstrukte der materiellen Welt gebunden sind, sondern leuchtende Wesen mit unendlichem Potenzial sind. Diese kosmischen Verschiebungen geschehen nicht mit uns, sie geschehen durch uns. Mit jedem Atemzug nähern wir uns dem göttlichen Rhythmus des Universums an und bringen uns in Einklang mit der Entfaltung dieses außergewöhnlichen Evolutionsprozesses. Dies ist der Moment, von dem alte Weise, Sternenwesen und Visionäre schon lange geflüstert haben. Eine Konvergenz der Energien, ein Wiedererwachen der Wahrheiten und ein kollektiver Ruf, in höhere Bewusstseinsebenen aufzusteigen. Es ist hier, jetzt, in uns und um uns herum. Die Menschheit durchläuft eine technologische und spirituelle Entwicklung, die von der wohlwollenden Weisheit der Arcturianer geleitet wird. Diese fortgeschrittenen Wesen sind Meister der Lichttechnologien und verweben energetische Upgrades auf komplexe Weise in das Gewebe unserer Existenz. Durch ihre Hilfe erfährt die menschliche DNA eine tiefgreifende Transformation, sie wandelt sich von ihrer kohlenstoffbasierten Struktur zu einer kristallinen Konfiguration. Dieser Übergang ist nicht nur biologisch, es ist die Freisetzung latenter Fähigkeiten, eine Erweiterung des Bewusstseins, die uns den Zugang zu höheren Dimensionen der Realität ermöglicht. Mit dieser kristallinen Aufwertung kommt die Menschheit ihrem göttlichen Bauplan näher und erweckt das Potenzial, das seit Äonen schlummert. Während sich diese Transformation entfaltet, richtet sich die Erde selbst auf ein kristallines Gitter aus, ein Energienett, das durch ihre heiligen Leihlinien fließt. Ätherische Drachen, die uralten Hüter dieser Energiebahnen, erwachen zu ihrer kosmischen Bestimmung. Sie bewegen sich durch die energetischen Adern der Erde, aktivieren ruhende Wirbel und laden die Leihlinien mit Frequenzen auf, die Gaias Aufstieg unterstützen. Dieses kristalline Gitter fungiert als Brücke, die die Menschheit mit den höheren Reichen verbindet und die für die kollektive Evolution erforderlichen Lichtfrequenzen verankert. Durch dieses Gitter stabilisiert der Planet den Zustrom kosmischer Energien und schafft so eine Grundlage, auf der die neue Erde entstehen kann. Die Anwesenheit galaktischer Wesen wird immer greifbarer. Die Elohim, die Schöpfer alter Welten, und die große Weiße Bruderschaft, die Hüter der heiligen Weisheit, manifestieren sich durch heilige Portale auf der ganzen Erde. Diese Portale dienen als Kanäle für transformative Energien und verankern das göttliche Licht im planetarischen Feld. Ihre Anwesenheit erinnert uns daran, dass die Menschheit auf dieser Reise nie allein ist. Sie gehen an unserer Seite, leiten und unterstützen uns, während wir die tiefgreifenden Veränderungen bewältigen, die für den Aufstieg in höhere Bewusstseinszustände erforderlich sind. In dieser Zeit der Transformation erfährt die Menschheit auch eine rasante karmische Beschleunigung. Muster, deren Auflösung früher ganze Leben in Anspruch nahm, treten nun mit großer Intensität zutage und verlangen danach, anerkannt, umgewandelt und geheilt zu werden. Wunden der Vorfahren, die lange Zeit im kollektiven Unbewussten begraben waren, steigen an die Oberfläche und bieten die Chance auf Befreiung. Diese Beschleunigung ist keine Strafe, sondern eine göttliche Gelegenheit, eine Einladung, einschränkende Überzeugungen und Traumata loszulassen, die uns in Zyklen der Trennung gefangen gehalten haben. Indem wir diesen Prozess annehmen, heilen wir nicht nur uns selbst, sondern tragen auch zur Heilung unserer Abstammungslinie und des kollektiven menschlichen Geistes bei. Dieses Zusammentreffen von technologischer und spiritueller Evolution, kristallinen Aktivierungen, galaktischer Unterstützung und karmischer Befreiung ebnet den Weg für ein neues Zeitalter. Es erfordert Mut, Offenheit und Vertrauen in den Transformationsprozess. Jede Herausforderung, jede Befreiung bringt uns dem Licht einen Schritt näher. Wenn wir uns auf diese höheren Frequenzen ausrichten, werden wir zu Architekten einer neuen Realität, zu Mitschöpfern einer Welt, die in Liebe, Einheit und der göttlichen Essenz unseres Seins verwurzelt ist. Die Erde selbst befindet sich inmitten einer tiefgreifenden Erneuerung. Gaia, das lebendige Bewusstsein des Planeten, bereitet sich auf einen Evolutionssprung vor, der sich auf alle Bereiche der Existenz auswirkt. Ihr Magnetfeld fluktuiert wie die tiefen Atemzüge eines Wesens, das Kraft für die Transformation sammelt. Diese Verschiebungen schaffen eine Brücke zwischen den Dimensionen und ermöglichen es, dass höhere Frequenzen in die Erde fließen. Die Ozeane, riesige Speicher des Gedächtnisses und der Weisheit, geben durch ihre Gezeiten und Strömungen Uralte kurzfrei. Jede Welle, die an den Ufern bricht, trägt ein Flüstern der Transformation in sich, Botschaften aus dem Kosmos, die in das Gewebe des Wassers eingewoben sind. Diese natürlichen Elemente, die mit Gaias Herzschlag harmonieren, bringen die Menschheit in Einklang mit dem heiligen Rhythmus des kollektiven Aufstiegs. Während Gaia aufsteigt, erwachen Lichtarbeiter und Sternensaaten zu ihrer göttlichen Mission. Diese Seelen, die mit einer bestimmten Absicht inkarniert wurden, sind die Anker höherer Frequenzen. Sternensaaten, Träger interstellarer Weisheit, spüren den Ruf, einen Schritt nach vorne zu machen und ihre latenten Fähigkeiten zu aktivieren, um die Menschheit durch diese Transformation zu führen. Lichtarbeiter halten mit ihrer leuchtenden Präsenz Raum für Heilung und dienen als Leuchtfeuer der Hoffnung. Gemeinsam weben sie ein Netzwerk aus Licht über den Planeten, stabilisieren die Energien, die die Erde überfluten und schaffen Wege für andere, um zu erwachen. Ihre Rolle ist von entscheidender Bedeutung, denn jeder Schritt, den sie in Richtung ihrer eigenen höheren Ausrichtung machen, erhöht das kollektive Bewusstsein. Die Pleiadie, die uns immer nahe sind, setzen ihre sanfte, aber kraftvolle Führung fort. Diese Sternenwesen übermitteln mit ihrem unendlichen Mitgefühl Heilungscodes, die im Licht verschlüsselt sind. Diese Codes, die auf subtile Weise durch Träume, Visionen und Synchronicitäten empfangen werden, erschließen das Potenzial der Menschheit, Zugang zu höheren Dimensionen zu erhalten. Ihre Botschaften erinnern uns an unsere Verbundenheit mit dem Kosmos und die Kraft in uns, die Grenzen der alten Welt zu überwinden. Neben den Pleiadiern bringen auch andere galaktische verbündete Weisheit und energetische Werkzeuge mit, die die Fähigkeit der Menschheit, den Aufstiegsprozess zu integrieren, verstärken. Doch dieser Weg ist nicht ohne Herausforderungen. Während sich die Energien intensivieren, erfahren der menschliche Körper und Geist eine tiefgreifende Neukalibrierung. Die Symptome dieser Integration sind tiefgreifend spürbar, lebhafte Träume, die vergessene Wahrheiten offenbaren, emotionale Reinigung, die dichte Energien aus dem Herzen entfernt, und veränderte Schlafmuster, während das Unterbewusstsein unermüdlich daran arbeitet, diese Veränderungen zu verarbeiten. Eine gesteigerte Intuition wird zu einem Leitstern, zu einer natürlichen Reaktion auf das Ausdünnen der dimensionalen Schleier. Diese Transformationen, auch wenn sie manchmal überwältigend sind, sind die Zeichen eines tiefgreifenden alchemistischen Wandels, ein Prozess, bei dem das Alte verbrannt wird, um das Gold der Seele zu enthüllen. Dies ist eine Zeit tiefgreifender Erneuerung und Herausforderung zugleich. Gaia steigt auf, Sternensaaten und Lichtarbeiter erfüllen ihre Bestimmung, und die galaktische Unterstützung fließt frei. Durch jedes Symptom, jede Einsicht wird die Menschheit zu einer höheren Form der Existenz geformt. Der Prozess mag sich turbulent anfühlen, aber es sind nichts weniger als die Geburtswehen einer neuen Realität, einer Realität, in der die Erde und ihre Kinder gemeinsam aufsteigen, verbunden durch die Frequenzen der Liebe, der Einheit und der göttlichen Erinnerung. Neue energetische Strukturen entstehen, die die Weisheit alter Zivilisationen in sich tragen, die lange Zeit als verloren galten. Lemuria und Atlantis, Bastionen fortgeschrittenen spirituellen Wissens, hinterließen ihre Spuren in den Energiefeldern der Erde und im kollektiven Bewusstsein der Menschheit. Während die Schleier zwischen den Dimensionen dünner werden, taucht dieses heilige Wissen wieder auf und bietet tiefgreifende Werkzeuge für die Heilung und Erleuchtung des Planeten. Die Technologien des Lichts, das Verständnis der heiligen Geometrien und das Bewusstsein für die Energienetze, werden wieder in Erinnerung gerufen. Diese Gaben sind keine Relikte einer fernen Vergangenheit, sondern Blaupausen für die Zukunft der Menschheit, die uns zu einer harmonischen Existenz führen, die mit universellen Wahrheiten in Einklang steht. Der Kosmos selbst ist an dieser Erneuerung beteiligt. Sonneneruptionen brechen mit kodiertem Licht aus und tragen Frequenzen, die die zelluläre Transformation in jedem Lebewesen katalysieren. Jeder Ausbruch von Sonnenaktivität durchdringt die Erde mit Informationen aus dem galaktischen Kern, beschleunigt den Aufwachprozess und entfacht schlummerndes Potenzial in der menschlichen DNA. Der Mond, seit jeher unser Begleiter, verstärkt diesen kosmischen Tanz durch seine Zyklen. Neumonde öffnen Portale für Manifestation und Introspektion, während Vollmonde Energien verstärken und so Freisetzung und Erneuerung ermöglichen. Zusammen bilden diese solaren und lunaren Energien einen Rhythmus, der die Entwicklung der Menschheit lenkt und uns an unsere intrinsische Verbindung zu den himmlischen Kräften erinnert. Im Zentrum dieser Transformation steht die Einheit. Die Menschheit ist aufgerufen, die Illusionen der Spaltung zu überwinden und in die Wahrheit unserer Verbundenheit einzutreten. Liebe und Mitgefühl werden zu den Eckpfeilern der neuen Erde und verweben eine kollektive Vision der Harmonie. Wenn Individuen erwachen, breitet sich ihre Energie nach außen aus und erzeugt einen Dominoeffekt, der die Schwingung des gesamten Planeten erhöht. Diese kollektive Mitschöpfung ist nicht passiv. Sie ist eine aktive Ausrichtung auf die höchsten Frequenzen, eine bewusste Entscheidung, Frieden, Güte und Einheit zu verkörpern. Doch diese Vision kann sich nicht ohne individuelles Engagement entfalten. Jede Seele spielt eine entscheidende Rolle bei diesem planetarischen Aufstieg. Der Aufruf zum Handeln ist klar, erhalten sie hohe Schwingungen durch bewusste Praktiken aufrecht. Meditation beruhigt den Geist und richtet den Geist auf die universelle Energie aus. Dankbarkeit verlagert den Fokus auf Fülle und Licht und erzeugt ein Magnetfeld, das mehr davon anzieht. Ein bewusstes Leben, die Wahl von Gedanken, Handlungen und Absichten, die mit Liebe in Einklang stehen, beschleunigt die Transformation nicht nur für sich selbst, sondern für das Kollektiv. Dies ist nicht die Zeit, auf äußere Kräfte zu warten, die uns den Weg weisen, es ist die Zeit, als Mitschöpfer unsere göttliche Kraft voll und ganz zu entfalten. Jeder Atemzug, der mit Absicht genommen wird, jede Handlung, die mit Mitgefühl ausgeführt wird, trägt zur Entfaltung der neuen Erde bei. Die Energien des Kosmos, die Weisheit der Alten und die vereinten Anstrengungen erwachter, Seelen fließen zusammen, um diese neue Realität zu erschaffen. Die Transformation ist hier, jetzt, und jeder von uns ist ein wichtiger Teil im Gesamtbild dieses außergewöhnlichen Wandels. Der Glaube an den göttlichen Plan wird zu einem unerschütterlichen Anker inmitten der Turbulenzen der Transformation. Auch wenn oberflächlich betrachtet Chaos herrschen mag, ist dies nur ein notwendiger Abbau veralteter Systeme, der Raum für das Aufkommen höherer Frequenzen und größerer Wahrheiten schafft. In den unsichtbaren Reichen herrscht reges Treiben, spirituelle Führer, aufgestiegene Meister und Engelwesen arbeiten unermüdlich und bieten Unterstützung, Heilung und Führung an. Ihre Anwesenheit ist eine sanfte Erinnerung daran, dass die Menschheit auf dieser Reise nie allein ist. Jeder Schritt, jede Herausforderung und jeder Durchbruch ist Teil einer größeren kosmischen Orchestrierung, eines göttlichen Plans, der sich mit einer Präzision entfaltet, die jenseits des menschlichen Verständnisses liegt. Während wir uns dem Ende des Jahres 2024 nähern, intensivieren sich die Energien. Ab dem 22. November schafft die Ausrichtung der himmlischen Kräfte einen kritischen Wendepunkt, eine kosmische Weggabelung, die den Weg der Menschheit zur Manifestation der neuen Erde beschleunigt. Dies ist eine Zeit außergewöhnlichen Potenzials, in der jeder Gedanke, jede Absicht und jede Handlung stärker als je zuvor nachhalt. Die Konfigurationen von Sternen, Planeten und Energieportalen verstärken die transformativen Schwingungen und drängen die Menschheit dazu, sich auf ihre höhere Bestimmung auszurichten. Das Ende des Jahres 2024 ist nicht nur ein Zeitablauf, sondern eine Schwelle, ein Übergang in einen neuen Zyklus der kollektiven Evolution. Die Neukalibrierung des elektromagnetischen Feldes der Erde spiegelt die Transformation in jedem Einzelnen wider. Während Gaia sich auf höhere Frequenzen ausrichtet, erfahren die menschlichen Energiesysteme tiefgreifende Anpassungen. Dieser Prozess ist zwar lebenswichtig, aber nicht ohne Herausforderungen. Symptome des Aufstiegs, Müdigkeit, lebhafte Träume, emotionale Befreiung oder erhöhte Sensibilität, dienen als Indikatoren für diese Neukalibrierung. Diese Veränderungen sind zwar manchmal verwirrend, aber sie ebnen den Weg für eine Erweiterung. Sie bedeuten das Ablegen alter Dichten und die Integration von Licht kurz, die schlafende Aspekte des Selbst erwecken. Jede Energiewelle ist eine Einladung zum Aufstieg, zur tieferen Ausrichtung auf den Zweck der Seele und den kosmischen Fluss. Im Zentrum dieser Reise steht die Botschaft von Liebe und Einheit. Es ist ein Aufruf, sich an unsere kosmischen Ursprünge und unsere göttliche Natur zu erinnern, zu verstehen, dass Trennung eine Illusion ist und dass die gesamte Schöpfung miteinander verbunden ist. Bedingungslose Liebe wird zur treibenden Kraft, zum Fundament, auf dem die neue Erde aufgebaut wird. In der Einheit findet die Menschheit ihre Stärke nicht als isolierte Wesen, sondern als kollektives Bewusstsein, das sich auf ein gemeinsames Schicksal zubewegt. Diese Liebe überwindet die Barrieren des Verstandes und erweckt das Herz zu seiner wahren Essenz als Gefäß unendlichen Lichts und Mitgefühls. Diese Zeit ist keine Prüfung, die es zu bestehen gilt, sondern eine heilige Gelegenheit, sich zu erheben. Vertrauen Sie auf den göttlichen Plan, auch wenn Klarheit schwer zu erlangen scheint, denn die Entfaltung ist in Ihrem Entwurf perfekt. Jeder Einzelne ist ein wichtiger Teil dieser Transformation, und jeder Moment, der mit Absicht und Offenheit gelebt wird, trägt zum kollektiven Aufstieg bei. Wenn Liebe durch unsere Herzen fließt und Einheit zu unserer Wahrheit wird, entsteht die neue Erde, nicht als ferner Traum, sondern als Realität, geschmiedet durch die göttliche Verbindung, die in uns allen lebt. Während die Energien der Transformation weiter zunehmen, lasst uns standhaft bleiben in unserem Vertrauen auf den göttlichen Plan. Jede Herausforderung, der wir uns stellen, bringt uns dem Erwachen unseres wahren Wesens einen Schritt näher. Jeder Moment ist eine Gelegenheit, die bedingungslose Liebe zu verkörpern, die uns alle verbindet. Gemeinsam weben wir als Mitschöpfer den Wandteppich der neuen Erde, geleitet von der Weisheit der Sterne und dem unendlichen Licht in uns. Denkt daran, dass es auf der Reise nicht um Perfektion geht, sondern um Ausrichtung, auf Liebe, Einheit und den heiligen Fluss der Existenz. Die neue Erde ist kein ferner Horizont, sie ist hier, jetzt, in jedem von uns und wartet darauf, vollständig verwirklicht zu werden.